Ja! Okay, passt, bewegt! Mach einfach zu gut! Okay... Das ist bloß so spät gekommen, wegen dem Turm des Mondes kacke. Ach so, erster Stuck! Erdgeschuss! Erster Stuck! Okidoki! Spricht man das eigentlich aus Biggie? Biggie... Bijou! Biggie, Bijou! Bijou mon amour! Nagel! Ich bin fast wie ganz schade, dass sie draußen nichts gemacht haben. Ähm, möchtest du... ...dau, jetzt irgendwie umeinanderlaufen oder straight to hell? Nee, wurscht, wir können beim nächsten Gebiet allleveln. Ort alllevel, dort vielleicht eventuell nicht schon. Äh, ist das unfair? Hm? Haben wir nicht vor dem Bossfight die Gegner nur scheiß für Schaden gemacht? Nee, scheiß für nicht. Mehr wie 10! Oder? Da ist wieder... Das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Schau mal noch in einem Video mal an. Ich hab mir jetzt eigentlich hingelaufen. Ich hab keine Ahnung, ich bin irgendwann einfach mal nach oben gelaufen. Einfach just for fun. Okay. Okay. Ich habe ja noch etwas gesehen, die ich mit dir brauche. Ich werde es nicht anseñbar machen. Wies! Oh egal, ich weiß, wie der Single ausschaut, dasselbe bloß mal mit drei. Oh, nice. Oh ja, kann man mal machen. Gassesack. Gassesack. Gussack. Gussack. Als ich ihn treffe, DOE ich echt nicht, Koer, he. Ich habe schon seit 3 Minuten die Scheiß-Tussi mal zum Wechseln. Hallo? Du wischst es immer im Schlag. Die hat doch einen Schlag. Oh, die Klo hat jetzt echt schon über 300 HP. Ja. Nein, oder? Ernsthaft? Ernsthaft? Hä? Ich glaube, wir sind mal falsch. Ja, natürlich sind wir falsch. Wir müssen aber rauf hin. Aber das ist nicht das Gebiet, wo wir... Dann müssen wir nach links. Huh, war das? Nein, geht mir mal, Gespenst. Ich habe gerade meinen großen Schlag gemacht. Ich habe gerade meinen grünen Schlag gemacht. Den habe ich getroffen. Und dann war alles sofort auf gelb aufgeladen. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Ich werde mich nie wieder rausfinden. Oh, Menno. Er ist jetzt ein bisschen doof. Weitere 2 Tal. Jawoll, ich lege mich so raus. Sehr nice. Hm, dann gehen wir nach links. Also sei ich inu, was müssen wir nach rechts oben. Ja, genau. Gehen wir euch da jetzt noch um. Boah, ihr Wichser, geht's mir doch. Oh, da haben wir doch. Hättest du nicht, was wir noch nicht rum hergekommen? Na, fuck you. Ok, wieder andere Weg. Geht's dir jetzt nicht rum? Na. Oh man. Ich will hier nicht rum. Du Klaufer, du Klaufer. Ah, scheiße, wieder wo auch den geht. Scheiße, sorry. Ah ja, genau das war das. Alter, wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ich hab gerade... Ich wollte eigentlich noch mal schnell ausbilden, ob ich mich... Warte, warte, mich nicht. Ach, da haben wir jetzt. Loll. Stimmt ja mal. Mit L und R kann man ja die anderen Charaktere, kann man den anderen Charakter ganz kurz stellen. Deswegen bin ich gerade... Das muss ich mal in Fight mal ein bisschen ausprobieren. Das muss ich gerne ein bisschen anschauen. Komm ich appointed zumAssgern. Und hinterlars dazu tauben. Das muss ich einfach so schnell meine sein. cę direkt nach dem und runter gehenfalls 抱ieren mich... Und hinterlars werden dich ... Na? Nimm mal rein! Nimm mal rein! Nimm mal rein! Nimm mal rein! Oioioioi! Brin 10! Ich bin ein bisschen müde! Ja, dann darfst du dich nicht um ein bisschen um 8 hin, denn früher... Bitte bist du... Hey, fuck you! Ich bin um fucking 2 ins Bit gegangen! Ach! Doch, weil der Kopf ja rausgegangen ist! Der hat ein Schild! Rechts! Nee! Ich hing da immer rein, aber es war halt einfach... Ich hab ihn einfach zu lange aufgekaut! Er hat er halt... Wie lang hat er? 23 Stunden! Circa, ja! Und dann schaffst du, dass der auch wird? Ja, ist mir schon ein paar Mal passiert! Unglaublich! Nein, dann schaust du halt mal ein bisschen... Früher ein bisschen Anime und dann ist er gleich leer! Ups! Eigentlich würde ich sprinten! Jetzt gehen wir auch noch umhauen und warten, bis so eine Kiste droppt! Wahnsinn! Nein, ich bin so gut! Jetzt mach ich mir eins ja dann auch in der Mannerburg! Jetzt wapp' du doch schnell bis dahin! Ich dropp' der Ohr ab! Nämlich schon wieder aufs Waffenleveln und Zauberleveln! Jetzt spamm' ich erst bei dies! Oh du mein' ich, wir haben noch ein wenig drauf sitzen und eh! Ähm... Haben wir jetzt seit 40... Das wär jetzt seit circa... Ich glaub' das es nicht ganz safety ist! Ich glaub' wir haben jetzt gerade in der 47. Folge ja circa! Ja, ich glaub' 47 irgend sowas! Na ja dann, wenn wir schon 100 brauchen! Ich hab' ich schon ganz schön schwer! Jetzt hab' ich's mal von anderen Seiten g'seng! Und schon wieder schie! Bis geht'n! Ich glaub' das du hast eine Chance, wenn du so einen Special Angriff trifft, dass das Ding instant voll ist! Vielleicht du! Bei mir wär das bisschen zu krass! Ja du, eh! Ja du, eh! Ja, keine Ahnung! Ja, weil ich Single hab' Jaaa... LaFan! Wo ist das Tag? Hm? Kommst dann zu deinem... ...Hatzinga! Ich bin gespannt, ob er immer noch so drauf ist wie im ersten Teil! Kauft haben wir alles, oder? Äh, ja! Ja! Wenn es gibt, was wir morgen können, weil wir aufstocken, aber... ...haben wir erst! Was haben wir denn gebraucht? Bis auf ein paar Heilwasser... äh, Lebenswasser nix! Ja, eh so! Da haben wir da noch 40 Jahre insgesamt wahrscheinlich so... ...um den Dreck! Um den Dreck! ...um den Dreck! Du musst von rechts fahren, oder? Ja, ich schau grad... ...ob da noch ein anderer Weg gehen wäre... ...weil... ...wass du auch jetzt da bitte unnötig machen, dass du jetzt da durch kannst! Ja, keine Ahnung! Oder vielleicht alle zusammen! Mhm! Nichts, das ist einfach nimmer da! Oder das ist einfach nimmer da! Das macht's, lunatic. Charlie ist hier geboren, coole Mucke, und leuchtende Pflanzen, ja, oh Gott, wie haust die Dinger. Er f*** dich, ach, leck mich doch, dann kannst du halt wieder, ohne Scheiß, ich tue als nächstes Stärke-Level. Musst du auch bloß wieder einer raus? Ja. Das ist einfach, wenn deine Stärke-Wert nicht hoch genug ist, ganz einfach. Okay. Das ist einfach, wenn deine Stärke-Wert nicht hoch genug ist. Das ist einfach, wenn deine Stärke-Wert nicht hoch genug ist. Das ist einfach, wenn deine Stärke-Wert nicht hoch genug ist. Und dann sind wir raus, das geht schon geil. Oh, IP gibt's die D2, bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. ㅋㅋ Bis zum nächsten Mal.